herzlich willkommen zurück zur let's play fifa 23 machen weiter mit dem nächsten spiel und wir spielen heute gegen rajo vajacano im letzten spiel haben wir ja schade ich jetzt schon wieder rotieren vielleicht wieder irgendwie was das geht es geht es geht so viel ist es gar nicht aber wir werden natürlich wieder ein bisschen rotieren müssen das heißt es wird seins bochers seins mal von beginn an spielen wo ja sobald dass ich mal draußen so mareska darf man heute von beginn als linksverteidiger rein so dann haben wir hier noch ein bisschen der tor ist noch nicht zu 100 prozent auf dem damm bett heute eher mal als defensiver part der offensiven part spielt okay einfach mal raus dass sie wieder ich werde mal zwischendurch ja ein bisschen durch wir rotieren müssen der mal auf der rechten seite heute spielt rechts hinten mal verteidigen darf das hat nie immer irgendwas mit irgendwie gegen irgendwie das ist immer mal zwischendurch es ist einfach nur mal zwischendurch mal ein bisschen zwischendurch mal die talente mal ein bisschen spielen lassen so auf geht's ins mitspielt da soll ich wobei sonst mittlerweile williams ist heute im mittelpunkt den letzten drei spielen sprechen für sich wir zeigen sie ihnen bleiben sie dran hallo liebe fans hier aus dem stadio san marmes wo es derzeit regnet wir begrüßen sie recht herzlich zu dieser heutigen begegnung ihre kommentatoren sind wolf fuß und der geschätzte kollege frank buschmann und es geht bei uns heute um eine begegnung aus der la liga santa der hat lediglich gegen raiowa das ist ein spiel dass die fans regelmäßig elektrisiert dass sie begeistert und auch für mich eine sehr sehr interessante platz wir sehen eingeblendet die aufstellung von bilbao sie entscheiden sich für 442 mit raute eine beliebte taktik weil du damit für lücken sorgen kann es gerade über das tempo im mittelfeld ich vermute es ja wahrscheinlich mit moris von der nächsten sorgen ein neuer stammspieler werden so schlecht ist der gar nicht so also wie gesagt die jungs zünden auch mit die nachdem auf geht's mareska wie gesagt zwischendurch mal die talent zu spielen dass dafür ist das bau ja gut und dann ist es jannes pt am letzten spiel gab es dieses überzeugende 5 zu 2 ging sie wieder am hinspiel im pokal der körper halbfinale also der erste riesen schritt ist schon mal gemacht so woche dürfte heute sicher einer der wichtigsten spieler sein gegen dieses tempo gibt es spieler im fokus und er macht die tore das tor reihe weil kann und schritte rückte lains durch und jacke will ja da kann der verteidiger war hochfliegen ja lust und lauter der weg ist einfach frei ja könnte auch ein tor gewesen sei ich gerade so richtig so genau ist es nicht zu 100 prozent aufzulösen aber es wird wohl in jahr zugeschrieben 38 also der wird auf jeden fall locker über 40 macht vielleicht 50 sind ein paar spiele wie sagt ob er abgeht über wenn er gehen könnte über 100 millionen der zündet extremst und dann wüsste ich nicht wie ich wohl soll aber wir haben ja wir haben genug zu wirklichkeiten also ziel und jetzt war es sei es gut gemacht hat sie hat immer wieder seine spielzeiten woche sei es also der hatte da hat er die kippe nicht schon fast noch gelänge bei papier easy pierson ich habe ja ich habe ja das spiel gespielt 4 3 oder 5 3 6 3 6 3 glaube ich war es ich erinnere mich an den spieler werde ich noch was das alles so gemacht die flanke abgeblockt nur die es kurz gespielt wie sie schlägt raus ins glück und es waren jetzt her der plötzlich durchmarschieren kann der ist eigentlich heute rechtsverteidiger sicher verwandelt aus kurzer distanz den macht er ganz sicher ja er kann wirklich hoch zufrieden sein hat seine manche gut eingestellt 2 0 steht hier sie machen einen großen eindruck die spielbestimmte mannschaft zeigt sich natürlich auch an der ballbesitzquote und auch die chancen holen sie immer wieder raus sind enorm aktiv also mit dieser und dann ist es ja die lasten gegen überhaupt gar keine chance gerade wir schauen doch mal noch die wiederholung da setzt er sich durch und dann lässt er sich das nicht nehmen wenn er aus so kurzer distanz zum abschluss kommt ja passt soweit sie wechselt nach einer halben stunde schon aus fragen sie haben sie jetzt raus genau verletzung mit links wechselt ich weiß gar nicht für die jetzt rausgenommen aber wahrscheinlich haben sie die verteidigung da noch mal gestärkt sucht das war bis sie falsch gespielt da war ich ja mal komplett läuft auf den wach auch das glück ich weiß nicht wie wir die jetzt ausgewechselt haben also sucht gut verteidigt und will jetzt das ist viel zu einfach alles gerade die lassen uns hier gerade machen wie sie lustig auch haben das hier ja erst mal sagt nur dir ist okay dann habe ich aber dann habe ich doch nicht das war zu einfach der wäre gut gekommen aber das schluss wird abgeworfen weil von nun jetzt und da sind zweitens ecke radio kommt wieder so ein bisschen rein pause 30 ist quasi nicht zu verteidigen so auf geht's halbzeit nummer zwei also verdiente 30 führung mal gewinnen hier ich habe ja schon mal erwähnt ich habe eine heusstoffe allergie das ist gerade immer zurzeit was ich kann das auch mal passieren dass zwischen diesen musik den ist aber bitte gerade bis zum nach ich habe meine tablette genommen ja aber ich habe ja das ist ein juwel nach vorne drehen wir sehen die flanke und dann hat er am ende keine große ich sage ja das ist ein juwel nach vorne drehen wie gesagt die wollten einige mal die schon auf drei millionen habe habe ich schon angebote gehabt aber ich behalte ihn vorne ganz entspannte minen auch am spielfeldrand die deutliche führung er weiß das müsste es in dieser partie eigentlich sein eine einseitige angelegenheit das drückt auch das ergebnis aus costa die mareska flanke bleibt hängen ecke jerei war daran verhindert also diese flanke zum ist dass sie durchkommt also 40 schon mal aus aber wie gesagt wir behalten diese sechs punkte vorsprung wir haben vielleicht nicht überlegt immer die stärkste spieler wir haben aber eine mannschaft und das ist halt auch was ein bisschen was auch sie in deutschland 20 14 zum beispiel und der nächste oder 50 für uns die radio das ich meine gerade einfach dieser mannschaftsgeist das ist eine truppe für die mannschaft kämpft jeder auch wenn wir sich immer wenn man nicht immerhin bekommen wir haben bisher alles so da hast du natürlich auch extrem bock drauf so eine klatsche zu kriegen und dann der nächste gegner mal drin wobei real aber auch nicht so gut ist die saison gesagt haben sie zweimal haben wir so schon geschlagen im pokal sind sie nicht mehr mit dabei ach das ist jetzt einfach ja sieht so aus als würde das passen so heute moris vielleicht fragezeichen nein 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 der kommt das war nicht durch da aber der kommt durch ja dann so die graue das wir kommen rein koseck leider mal so kann er den ball dann auch nicht perfekt aufs tor bringen so die ecke wird jetzt gleich kommen der wird gar keine ecke gehen vor wegen es gibt abstoß ich will ja gern mal wieder zu null um das gewinne er treibt die ball nach vorne ein starker sprint williams williams die flücke pt die schoss vorbei er hat das könnte jetzt geben da ist die flanke und williams sein superaktion gut geklärt abseits abseits wir schauen rüber an die linie die entscheidung ist sofort gefallen aber klar eine gute chancenverwertung als williams nicht aber moris glaube ich vorne also wenn es moris war ich habe jetzt nicht hat das wäre mir jetzt gewesen dann war es auch abseits und ist es auch eine richtige entscheidung so kommen wir mal gerade kurz das war aber ein bisschen wechseln können so 5 0 steht es hier kurz vor spielende klare sache kommen wir schon mal auf die nächste partie schaumbuschi der nächste gegner von der technik bilbao heißt ude almeria und wenn sie das so spielen wie heute dann sind sie zuwisch für mich verwohlt klingt wieder leichter ist leichter gegner auf dem papier aber wie gesagt das kann auch zwei minuten sind angebrochen dann ist wahrscheinlich gar nicht mehr passiert oder er geht dazwischen die wollen wir aber noch machen müssen wir nicht immer kurz ins aus das war eine klasse leistung heute am ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugt man sieht jetzt gerade gar nichts wie sie sehen sehen sie nix so und damit ist dann im gelände für heute maria gegen kirona 21 ok das nächste gegner dann und geht sie man zu einer nächsten folge an wenn da kurz noch die nachricht rein kurz du hörst natürlich weiter zum spiel mein freund na gut ich würde sagen wir machen feierabend wir sind zur nächsten folge wieder und dann gucken wir auch zwar mit ude almeria veranstalten bis dahin tschüss an und w w w j